Pauline Grassmann. Oh Gott, ja, das bin ich. Der erste Film, bei dem ich je geweint habe, war Snoopy. Und dann zwei Jahre später stand ich das erste Mal selbst auf der Bühne als Snoopy. Und dann habe ich nie mehr aufgehört. Und ich finde Schauspiel ist eine Entscheidung. Und ich habe mich entschieden. Ich würde behaupten, niemand liebt so sehr wie ich. Immer ein bisschen dem Abgrund nahe und zu tausend Prozent. Immer. Auch die Rollen, die ich spiele, die liebe ich alle mit Feuer. Tanzen. Für mich ist Tanzen viel mehr Sprache als Sport. Ich mag es ganz weit oben. Respekt und alle Freiheit der Welt. Das ist eine schöne Kombination. Ich bin gerne glücklich. Was, ich werfe ja ins Ziel. Oh, Alter. Ich gehe gerne sehr tief. An der Oberfläche ist Sicherheit und das ist auch schön. Da bin ich auch gerne mal. Aber spannend und gefährlich wird es erst, wenn man tiefer geht. Ich glaube, so spiele ich auch. Pauline Grossmann Ich gehe gerne mal. Ich gehe gerne mal.